Hey, ich bin Lina und vor mir steht ein riesen Paket von Abihome. Schauen wir da doch mal rein. Im Paket findet ihr über 40 verschiedene Textilien aus dem Abihome-Katalog. So könnt ihr sicher gehen, dass jeder das Textil bekommt, das ihm oder ihr am besten gefällt. Denn jeder hat ja seinen eigenen Geschmack. Besonders praktisch ist, dass ihr direkt einen Eindruck davon bekommt, wie sich der Stoff anfühlt, wie dick er ist oder wie die Kleidung sitzt. Und ihr seht ja schon, dass der Karton echt randvoll ist und ihr etliche Auswahlmöglichkeiten habt. Hier haben wir auch noch die Abihome-Hoodies. Das ist keine Ware von der Stange, sondern eigens von Abihome produzierte Hoodies mit einem perfekten Schnitt, basierend auf eurem Feedback. Ihr erkennt den Hoodie an den geprägten Ösen. Weitere Infos findet ihr unter diesem Link. Mit Hilfe der Namen, die ihr auf den Etiketten seht, könnt ihr die Textilien ganz einfach zuordnen. Wenn ihr euch entschieden habt, trefft eure Auswahl einfach in der App oder meldet euch bei uns und ihr bekommt ein zweites Musterpaket zugeschickt. Dieses Mal sind eure ausgewählten Modelle in allen Größen zum Anprobieren drin. Das Paket sendet ihr am Ende einfach wieder kostenlos an Abihome zurück. Der Rücksendeschein wird euch per Mail geschickt. Wenn ihr diesen nicht direkt findet, schaut einfach mal im Spam-Ordner nach. Du kannst jetzt ganz einfach und kostenlos ein unverbindliches Musterpaket bei Abihome unter abihome.de slash Abishirts bestellen. Bis bald!